Top 5 Attraktionen im Phantasialand Platz 5 Black Mamba Die Hängeachterbahn ist einfach großartig in den Themenbereich eingebettet, super intensiv und bietet vier Überschläge. Platz 4 Colorado Adventure Die Minenachterbahn ist der Alltime Classic im Phantasialand. Die perfekte Familienachterbahn und einfach nur richtig gut. Platz 3 Fly Der Flying Coaster mit zweifachem Abschuss überzeugt mit einer langen Strecke, einem richtig krassen Themenbereich drumherum und ist weltweit einzigartig. Platz 2 Chiapas Die Wildwasserbahn im mexikanischen Bereich ist optisch der absolute Hammer, bietet drei Abfahrten, verschiedene Weichen und krasse Thematisierung. Und der Soundtrack ist einfach nur geil. Platz 1 Taron Der Multi-Launch Coaster von Intermin ist eine absolute Spaßmaschine, hat ein langes Layout, eine beeindruckende Themenwelt und bietet tolle Richtungswechsel- und Airtime-Momente. Was sind eure?